Viele Frauen, die mit der Pille verhüten, fragen sich, was machen diese jahrelangen Hormone eigentlich mit mir? Kann das auf Dauer gesund sein? Andererseits stellt die Pille für viele nun einfach die bequemste, einfachste und sicherste Form der Verhütung dar. Was also tun? Nun, ich denke, wenn Sie im Prinzip mit der Pille für sich zufrieden sind, aber einfach sagen, ich möchte trotzdem dafür sorgen, dass das meine Gesundheit nicht auf Dauer schädigt, dann sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass die Pille nicht nur für Verhütung sorgt, sondern gleichzeitig Ihrem Körper die ganze Zeit wertvolle Vitamine und Mineralstoffe entzieht. Das ist wissenschaftlich unbestritten und in einer Vielzahl von Studien bereits seit vielen Jahren gezeigt. Ganz einfach können Sie also auf der sicheren Seite sein, wenn Sie dafür sorgen, dass Sie Pillen bedingte Nährstoffdefizite eben entsprechend ausgleichen. Zum Beispiel hier mit diesem neuen Produkt Resilovit Pill ist es ganz einfach möglich. Einfach morgens mit der Pille zusammen eine Kapsel von diesem Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Es ist speziell dafür zusammengestellt worden, um die Defizite auszugleichen, die eine jahrelange Pilleneinnahme mit sich bringt. So können Sie dafür sorgen, dass Sie weiterhin von der bequemen, einfachen und sicheren Verhütung profitieren können, ohne gleichzeitig eine Schädigung Ihres Körpers in Kauf nehmen zu müssen. So können Sie die Grenzen ahhle-